Hey, ich heisse Marco. Bist du besonders stolz auf deine Sammlung? Ich zeige dir, wie du deine wertvollsten Objekte am besten präsentierst. Hinter Glas bekommen deine Schätze eine besondere Bedeutung. Ob in einer Vitrine, in einem Regal mit Glastöre oder unter einer Glasklocken, das verleiht deinen Objekten eine gewisse Auserlesenheit und einen edlen Charakter. Und sie sind gleichzeitig gut von Staub geschützt. Wenn du eine Sammlung aus Stücken in verschiedenen Farben und Materialien präsentieren möchtest, ist es eine gute Idee, die Zahl der Gegenstände klein zu halten. So verleihst du jedem Lieblingsstück den gebürtigen Respekt.